Oh, das ist aber schön. Hallo, was hast du hier dabei? Hallo Elmo, schön, dass du da bist. Ich habe heute zwei Harfen dabei aus der Familie der Zupfinstrumente. Eine große Harfe und eine kleine Harfe. Oh, ich sehe es, das ist ja toll. Hast du da Fäden zwischengespannt? Ja, die Fäden nennt man Seiten bei diesem Instrument. Und du siehst, die haben verschiedene Farben. Du hast immer rote Seiten, dann kommen weiße Seiten und dazwischen dann auch immer wieder blaue Seiten. Ah ja, kann ich sehen. Sehr gut. Und das rote ist immer das C und das blaue ist immer das F. Und das wiederholt sich immer auf der Harfe. Jede blaue Seite ist ein F und jede rote Seite ist ein C. Oh, das versuche ich mal zu merken. Also blau ist F und rot ist C. Perfekt. Und schau mal, jetzt hat die Harfe hier oben verschiedene Klappen an dieser Harfe. Da verstelle ich die Töne. Schau mal, das rote, das C klingt entweder so oder wenn ich die Klappe nehme, klingt es höher. Stimmt. Und wenn ich es wieder zurück mache, klingt es tiefer. Und bei den großen Harfen habe ich hier unten Pedale. Pedale? Bei den kleinen Hackenharfen. Und damit fängt man an zu spielen auf den kleinen Harfen. Und wenn du dann irgendwann größer bist, dann kannst du auf dieser großen Harfe spielen. Oh, das ist ja klasse. Also mit der kleinen Harfe kann ich auch schon anfangen? Natürlich. Hast du Lust, dass wir mal zusammen was spielen und singen? Na klar. Kennst du das Lied Alle meine Entchen? Oh ja, das kenne ich. Ja? Also, los. Und ich soll mit singen? Ja, bitte. Mit dem Ton fangen wir an, mit dem C. Klar. Perfekt und. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See, schwimmen auf dem See. Körnchen in das Wasser, Schwänzchen in Nebel. Perfekt, Elmo. Ja, perfekt, Elmo. Vielen Dank. Oh, danke, dass ich mich singe. Das war richtig aufregend. Soll ich dir noch ein Stück auf der großen Harfe vorspielen? Oh ja. Ja? Ja. Ja. Ein Stück, das heißt Perlen. Oh Perlen. Ja, bitte, bitte. Det, das heißt. Das war ganz arg schön, Dankeschön. Es war ganz arg schön, dass du hier jetzt bei mir bei den Hafen zu Gast warst. Vielen Dank, Elmo. Habe ich gerne gemacht. Bis bald. Bis bald. Ich komme mal wieder. Ich freue mich drauf. Tschüss. Tschüss.